Das ist mein neuer Jungfischstall, der hat eine Gesamtlänge von 34 Meter und eine Breite von fast 14 Metern. Und da haben wir jetzt 64 Stück Jungfischblatts und das riecht sich ja nach der Körpergröße und nach der Breite am Fressgitter. Die großen Heroma haben 70 Zentimeter Fressplatzbreite und bei den kleinen Saugkälbern unten, die haben 40 Zentimeter. Das ist die Bindung im Öko-Landbau, dass er jetzt hier einen Fressplatz hat. Ja, das ist jetzt der Auslauf von unseren Jungfisch, der auch gefordert ist im Öko-Landbau, damit einfach unsere Tiere, Licht, Luft, Sonne, Regen, mitkriegen das ganze Jahr rüber. Wir haben halt bei den Jungfieren den Auslauf, der vorgeschrieben ist, und bei den Tieren machen wir es halt jetzt, weil es einfach hartgerechter ist, wenn sie das Gras selber fressen, als wenn sie ja nicht heimfahren muss. Ja, das ist jetzt der Auslauf, der vorgeschrieben ist, wenn sie ja nicht heimfahren müssen, als wenn sie nicht heimfahren müssen, als wenn sie nicht heimfahren müssen, als wenn sie nicht heimfahren müssen.